Ziehung frei. Corona hat uns wieder fest im Griff. In den meisten Bundesländern gilt 2G. Wir nehmen das mal als gutes Zeichen und sagen, 2G steht hier und heute für doppeltes Glück. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir werden gleich sehen, warum. Kugel Nummer 1 ist parat und das ist die 31. Denn mit den richtigen 6 Glückskugeln plus der Superzahl liegen hier und heute 8 Mio. Euro parat. Der Jackpot in der 1. Gewinnklasse wurde nicht geknackt. Kugel Nummer 2 ist die 24. Und mit etwas weniger Glück und mit nur 6 richtigen warten hier und heute sogar 3 Mio. Euro auf sie. Das ist ein Ding. Denn der Jackpot in der 2. Gewinnklasse wurde auch nicht geknackt. Kugel Nummer 3 ist die 26. Eigentlich und streng genommen ist es heute hier sogar 3G. Also ein dreifaches Millionenglück. Denn im Spiel 77 wartet auch noch mal eine Million. Kugel Nummer 4 ist die 40. Durch das ganze Geschehen um uns herum habe ich das Gefühl, dass wir es uns alle jetzt schon zu Hause gemütlich und weihnachtlich machen wollen. Bei uns im Team auf jeden Fall ist das so. Wir verlegen die Weihnachtsmärkte zu uns privat nach Hause. Kugel Nummer 5 ist die 8. Und ich bin auch auf jeden Fall dabei. Ab morgen wird bei mir privat dekoriert und neue Glühwein- und Plätzchenrezepte ausprobiert. Wir können uns wie immer sehr gerne austauschen auf unseren Social-Media-Seiten. Kugel Nummer 6 ist die 47. So, hier ein schöner, prominenter Blick auf unsere 6 Glückskugeln. Der Jackpot ist nicht geknackt worden. So konnten wir noch mal ein bisschen was ansparen. Können Sie noch ein bisschen weiter ansparen? Sie wissen, ich bin immer fürs Ansparen. Oder hauen wir ihn raus, den Jackpot. Und die Superzahl ist die 7. Dann schauen wir uns alle eben gezogenen Zahlen auf unserer Übersicht gemeinsam an. Hier sind die Lotte-Zahlen 6 aus 49. 8, 24, 26, 31, 40, 47. Und die Superzahl ist 7.